ok weiter geht's was hätten wir denn noch zu machen jetzt ja sonst nix wir könnten jetzt zwar 10.000 Gold da hoch bringen aber da hatte ich keine Lust wir können auch mal runter zu Mani wir wollten hier noch mal nach Tiere gucken Tiere gucken Tiere gucken Boop hat mir Lea schon zwei Geschenke gebracht nein nicht Karte hat mir schon hat mir schon sehr gut ok gehen wir mal nach Tieren hier brauchen wir auch noch mal hier bestimmt wieso Mann was soll'n das boah wie verkauft sie denn die Tiere hier das kann doch nicht sein die ist dann gar nicht da was seid ihr denn für welche hier hier es gibt niemand da es gibt niemand da ihr lasst die Tür offen hier was ist denn hier los für Tiere kaufen boah 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 egal wir haben hier noch unsere Axt hier noch mal ein bisschen Holz sammeln hier ein bisschen hartes Holz Holz auch ein hartes Holz ja 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 gut ja das hat sie dann erstmal was ach ne Fackel ach die Bautom brauchen wir auch nicht mehr hab ich noch Müll hab ich noch Müll nein hab ich noch Müll ja aber keinen Müll guck mal wir wollen noch nach der Hinterstattung gucken ah wie ist denn haben wir auch Müll weiß nämlich nicht ob konnte er die nämlich schon hatte weg 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 ah la 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 wie viel 55 Hartholz bisher boah ey guck mal das kommt weg das kommt weg mag ja klar mögen die ja nicht so wirklich ich kann ja noch mal dann nochmal zum Schmied gehen oder schon mal die Pickeller aufwerten ja so äh ja das war's dann erstmal schon wieder für den Tag ins Bett gehen und am nächsten Tag gehen wir nochmal flächen in die Mine und gucken nochmal dass wir ja da Sachen kriegen sammeln 1500 haben wir denn da so viel gesammelt Stechpalme dreimal oh goll das gibt ganz schön viel Stechpalme ist ganz schön viel wert nicht schlecht da habe ich ja fast meine Angel zusammen 17.000 im Winter 13.000 König in der Soße Wiederholung Kohlsalat Wetterbericht morgen wird es schneien Wahrsager sehr glücklich hey die sind sehr sehr glücklich heute und schon wieder eine Nachricht hier entschuldige dass ich schon wieder störe aber ich brauche einen weitergefallen ich habe einen neuen Hammer und würde ihn kennen an verschiedene Metall ausprobieren ein Eisenbahnschmerzen ja mach ich hab ich wir sehen dann halt mit mein Gefallen für Clint ja oh da ist auch was hätte ich hier da und auch na na komm 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 na tja oh und kiefern zack na danke nur ein silbernes weg ins haft jeder weg danke so viele fische finden es noch doch mal einige alte fakte finden uns auch mal gucken nach stadt habe ich schon gesammelt ok kochen das sind auch noch so alles minerale also wenn lieber herr gesangsverein große milch uhr cool nein nein das wollen wir doch nicht wir wollen jedoch auch noch als gemeinschaftshaus bringen vergessen verdammt na egal am nächsten tag die ddd wir müssen hier reingucken erstmal katze 202 ok käse verkaufen mayonaise verkaufen ahornsirup verkaufen und her verkaufen haben wir schon wieder tagespensum fast erreicht so ich will jetzt runter gehen und mir jetzt noch ein tierchen kaufen mann ey ist das denn so schwer ich will geld ausgeben also gold ausgeben hier du lasst mich mein geld ausgeben hier schönes gold 9 bis 18 uhr guck mal da waren wir noch mal kurz so jetzt ist 9 uhr jetzt können wir noch mal hoch gehen und gucken wir so immer tierbedarf so das reicht erst mal und können wir nachher weg bringen tiere kaufen und dann können wir noch mal einen zweiten hund kaufen und dann können wir noch mal einen zweiten hund kaufen so dann haben wir die Hühner voll mit 4 so dann haben wir 4 Hühner das ist dann schon mal gut dann können wir uns um 4 Hühner kümmern was hat mir noch zu tun ach ja zu Clint wollen wir jetzt hingehen oh Stechpalme Stechpalme toll dann Silber 200 Gold zack Schneeball wo bist du du Schmied Schmied Clint Clinton so erstmal geben wir dir jetzt den Eisenbahn 500 Gold das ist schon mal gut Werkzeug verbessern Stahlhacke so jetzt haben wir erstmal wieder Kohle ausgegeben jetzt müssen wir erstmal gucken wie wir das reinbringen das heißt am besten am besten ja was machen wir denn am besten jetzt wollen wir da gucken genau ganz viel angeln dann am besten wenn es sich zusammen gibt dann gehen wir angeln da ein bisschen zusammen ja ein paar Korallen das ist schon mal gut 1 2 3 1 da ist noch eine Venusmuschel das ist gut oh Goldene Korallen das war sehr schön super und jetzt gehen wir halt mal ein paar bisschen angeln zack da kommen wir doch gar nicht hin bis da vorne hin oh das klappt doch gar nicht wieso ist es gerade da vorne egal treffer nein okay ein Hering gibt Hering Salat heute treffer schatz 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 und fisch schatz und schatz rotbarbe rotbarbe muss ich das nicht da auch irgendwo hinbringen nein 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 rotbarbe ist das schon mal gut können wir auch verkaufen ich bin auch verkaufen hihihi ein Thunfisch können wir brauchen die tun fisch nach zwischen teichfische alles verkaufen verkehrt neue größe neuer rekord sehr schön sie tun schade goldene fische schon sehr schön das gefällt mir fische 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 Shirley fische fische butterfly ja eine sardine qualitätsstufen danke jetzt geht es noch mal verkaufen verkaufe 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 wir können auch noch mal ein paar krabben reisen wir können ja auch noch mal aufstellen irgendwo obwohl brauchen wir eigentlich auch nicht wir müssen ja noch mal unsere neuen tiere füttern hier und verpflegen und futter verpflegen genau und unser futter müssen wir auch noch in die dings bringen da silomar 2000 ich hänge bleiben hier menschen skinners sehr schön das in die hand hier die neuen hühner sind da auch schon mal verkaufen das war eine neue kuh blablabla goldener käse alter dann brauchen wir auch noch eine zweite käse presse hier ne nein die kise nicht essen der soll verkauft werden ihr müsst überwinter erst mal verkauft verkaufen 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 was brauchen wir für eine käse presse noch mal für eine zweite kupferbahnen holz steinhart holzkupferbahnen schon mal bauen sie dann kann ich auch verkaufen Kristallfrucht Hier kaufe ich auch mal Hier So Da habe ich auch noch eine Koralle Mal ein bisschen Platz schaffen So dann brauchen wir Holz, Stein Hartholz Sehr schön Wie viel brauchen wir Ja Fehlt uns nur noch der Kofferbarren Schotterpfad Knoblauch Lebenselixier Strinktast und schwache Monster werden nicht meiden Auch gut Eisenbarren Dreh Aha Aha Na komm jetzt fertig Danke Zack Und Nein Wieder zurück Alles hier Und dann stellen wir noch mal die Käsepresse auf Das ist schön, da ist Platz für Käsepresse hier Ja Katze Mauts mal rum Was hat er denn Was hat er denn Der Kater Kater Mh Kater Es war alles gut Alles gut Katerchen Hier oben noch was Können wir hier nochmal was sammeln Ne Wird auch langsam dunkel Wird auch langsam dunkel wieder Machen wir noch mal eine Runde hier Zack Da Stechpalme Da Stechpalme Stechende Palme hier Da hinten unten ist doch Kokos Schön Doch nochmal ein bisschen was gefunden Hier Wieder eine Blume zu verschenken Mehr Hey Keule Die meisten Leute Mögen keine Willen Mann Aha Ist hier oben noch was Hier noch was Was ist das Hä Ha Keine Ahnung Keine Ahnung Hm Okay Ist halt so Keine Ahnung was das ist Dann gehen wir Erstmal zurück Wieder Dunkel Dunkel Würitz Keine Stechpalme Die verkaufen wir noch Sind nochmal 300 Gold Ah ja schon fast Habe ich schon mal mindestens Ein Huhn wieder raus Das ich heute gekauft habe Durch die ganze Aufträge Die ich gemacht habe Schnell Stechpalme verkaufen Bevor der Tag vorbei geht Wow Zack Okay Der Tag neigt sich dem Ende zu Und nicht nur der Tag neigt sich dem Ende zu Sondern auch Diese Aufnahme Uhaha Wir machen jetzt wieder Päuschen Guckt nochmal an was wir verdient haben Macht jetzt nochmal ne Päuschen Oh alter Da habe ich aber mehr als so die Kuh raus Habe ich denn hier alles gesammelt Sag mal Kristallfrucht 6 Die bringen aber auch nicht Schotter 4 mal Mayonnaise God Ahaha 1100 Geil Cool Die Fische haben auch ordentlich was gebracht Ah cool Nicht schlecht 2600 Okay Das heißt Die Aufnahme ist jetzt erstmal beendet Wir machen beim nächsten Mal wieder weiter Natürlich mit Stadio Das würden wir erstmal weitermachen Ich wünsche euch alles Gute Bis dahin Und auf